Ich muss den zum Ragequitten zwingen, Messi. Ach Mann, Alter. Dein Chili-Cheeseburger hat gut geschmeckt, aber der war so scharf, Digga. Ich kann nicht mehr, ne? Ich muss auf Toilette. Ich werde das Spiel verlieren. Ich kann nicht Pause drücken, Digga. Willst du den Controller mit auf Toilette nehmen oder was? Macht da auch keinen Sinn. Mann, geh doch rein. Ich muss ganz kurz, ich muss mich konzentrieren, Chad, dass ich ruhig bleibe. Nein. Nein, bitte nicht noch ein Tor, dann wird der Mut geleckt haben. Was ist denn? Warte mal, vielleicht hilft es im Stehen weiter zu zocken. Ich halte es nicht mehr aus, Digga. Ich kann nicht mehr. Boah, Chad, ihr wisst gar nicht, wie gut das getan hat, ne? Wirklich, es hat, boah, ich fühle mich wie ein neuer Mensch, ne?